Ich bin zu reden gekommen, weil ich etwas Sinnvolles mit dem Hund machen wollte, was nicht nur der Hund, sondern auch mich fordert. Faszinierend tut mich an der Geländesuche der Aufbau, weil er sehr fein und ohne Druck gemacht wird. Und auch sehr spannend finde ich das grosse Vertrauen, was zwischen Hund und Mensch entsteht. Und das ist auch wirklich wichtig, weil man sich in jeder Situation aufeinander können verlassen. Helfe Leben retten. Engagiere dich bei Redoc.